Wenn Sie einkaufen müssen, können Sie zum Markt gehen. Da brauchen Sie aber viel Zeit. Im Supermarkt geht es schneller. Brigitte Beckmann kommt gerade mit einem vollen Einkaufskorb heraus. Chris Pohl hat sie gefragt, was sie so alles gekauft hat. Wollen Sie mal neugierig sein und mit ihr in den Einkaufskorb schauen? Ich treffe Sie hier vor einem Supermarkt und ich würde gerne wissen, was Sie alles in Ihrem Korb haben. Ja, gern. Ich bin ja gerade hier am Einpacken. Also vier Joghurt habe ich gekauft, Kräuterquark, ein Vollkornbrot, eine Tafel Schokolade, 150 Gramm Käse, Emmentaler, ist noch ein Kilo Kartoffeln, dann ein paar Karotten und Ah ja, noch Gemüse, ein Kopfsalat, etwas Obst, ein paar Orangen und ein Kilo Äpfel. Was ist noch? Ah, Butter, ein halbes Pfund. Was denn noch hier? Ah, eine Flasche Rotwein, ein Liter Milch, ein Stück Seife. Ich glaube, das ist alles, ne? Oder sehen Sie noch was hier im Korb? Ne, ich glaube, das war alles. Kaufen Sie denn jeden Tag ein? Oh nein, es ist überhaupt eine ungewöhnliche Situation, dass ich hier einkaufe. Normalerweise kauft mein Mann ein am Wochenende, aber wir haben in dieser Woche keine Zeit am Wochenende und da bin ich jetzt schnell mal zwischendurch hierher gegangen, um die Ecke einfach. Kaufen Sie immer in einem Supermarkt ein? Nein, nur einen Teil der Sachen. Gemüse, Obst kaufen wir lieber in einem Gemüseladen. Die Sachen sind einfach frischer. Und auch Käse und Quark und solche Sachen lieber in einem Spezialladen. Und das Brot und so? Brot immer beim Bäcker. Das ist auch nur eine Ausnahme, dass ich das schnell im Vorübergehen mitgenommen habe. Sie haben also gehört, dass Frau Beckmann dieses Mal ganz schnell eingekauft hat. Und wie oft kauft sie eigentlich ein? Jeden Tag? Ja oder nein? Nein, nicht jeden Tag. Normalerweise kauft mein Mann ein am Wochenende. Ist es normalerweise so, dass die beiden alles in einem Supermarkt einkaufen? Ja oder nein? Nein. Sie gehen oft in einen Spezialladen. Gemüseobst kaufen wir lieber in einem Gemüseladen. Diese Sachen sind einfach frischer. Und auch Käse und Quark und solche Sachen lieber in einem Spezialladen. Frau Beckmann sagt nicht nur, was sie einkauft, sondern auch wie viel. Sie haben es vergessen? Es macht nichts. Hören Sie noch einmal. Ein Kilo Kartoffeln. Wiederholen Sie. Ein Kilo Kartoffeln. Kauft sie noch mehr ein? Ja, zum Beispiel. Butter, ein halbes Pfund. Wiederholen Sie. Ein halbes Pfund Butter. Und was noch? Ein Stück Seife. Wiederholen Sie. Ein Stück Seife. Natürlich können Sie im Supermarkt auch einkaufen, wenn Sie nicht verstehen, was ein Kilo oder ein Liter ist. Sie nehmen einfach, was Sie brauchen. Aber Sie gehen doch sicher auch gern zum Markt oder in ein kleines Geschäft. Dann wollen Sie sicher noch ein wenig üben. Ja? Wir haben eine Einkaufsliste gemacht. Sie hören immer, wie viel wir kaufen. Aber es ist falsch. Sagen Sie es richtig. Hören Sie ein Beispiel. Ein Kilo Rotwein. Oh nein! Eine Flasche Rotwein. Und jetzt Sie. Eine Flasche Butter? Nein, ein Pfund Butter oder ein halbes Pfund Butter. Ein Liter Kartoffeln? Nein, ein Kilo Kartoffeln. Ein Kilo Zigaretten? Nein, ein Päckchen Zigaretten. Und wo kaufen Sie diese Sachen, wenn Sie nicht in den Supermarkt gehen? Wir nennen Ihnen zuerst einige Geschäfte. Die Bäckerei, die Metzgerei, die Apotheke, der Gemüseladen. Hören Sie nun ein Beispiel. Brot kauft man in der... In der Bäckerei. Und nun Sie. Fleisch kauft man in der... In der Metzgerei. Aspirin kauft man in der... In der Apotheke. Obst und Gemüse kauft man im... Im Gemüseladen. Gut. Genug eingekauft. Sie warten jetzt sicher schon auf Ihre Grammatikübung. Sie haben immer wieder das Wort Einkaufen gehört. Einmal zusammen, einmal getrennt. Zum Beispiel... Frau Beckmann kauft im Supermarkt ein. Sie kennen sicher noch viele von diesen Verben. Dann können Sie jetzt üben. Hören Sie zuerst noch einmal unsere Journalistin. Sie hören jetzt alles im Infinitiv und bilden damit Fragen. Hören Sie zuerst das Beispiel. Einpacken. Sie. Das Brot. Und die korrekte Frage? Packen Sie das Brot ein. Und jetzt Sie. Einkaufen. Sie. Heute. Kaufen Sie heute ein. Einpacken. Sie. Das Gemüse. Packen Sie das Gemüse ein. Aufmachen. Sie. Die Flasche. Machen Sie die Flasche auf. Also, einkaufen können Sie jetzt sicher ganz gut. Sie müssen da nicht immer nur in den Supermarkt gehen. Auch in den kleinen Geschäften und auf dem Markt wird man sie verstehen. Nur Mut.